So, und herzlich willkommen wieder zurück zu E.B. Ich wurde gerade zweimal angerufen und das nervt mich irgendwie. Ich hasse Telefonate, aber egal. Da ist der Part eben jetzt kurz ausgefallen. Schön, dass wir schon 17 Minuten aufgenommen haben, weil normalerweise mag ich das nicht. Ich bin ja so der 20-Minuten-Typ, aber wieso rede ich eigentlich die ganze Zeit? Ich will eigentlich nur das Spiel spielen. Ja, okay. They're taking their time. I wonder if something happened. E.B., Mary, can you hear me? No good. I knew I shouldn't have let them go alone. What to do? I suppose I'll investigate that room again, as much as I hate to go back in there. Oh, ich bin mit Gary. If these were real vines, I could just burn them away, but it won't work on these. Du bist ein Feuerbändiger? Boah, geil. Ja, ich denke, es ist cute, ne? Red eyes. No matter how I look at it, this is not cute. Ich denke, es ist ziemlich cool. Okay, nichts von note hier. Die alle haben sich aufgehauen. Rune of the heart. Ich bin meinst, also hallucinat, blablabla. Jees. Ich bin so knofig. Es soll eigentlich nur disturbing sein. Weird oder so. Ah. Now it's my time to shine. There is no exit. There is no reason. It's locked. Oh, das ist so ein Rätsel, hm? Warte mal. Hier steht, there is no exit. There is no reason. No exit, no reason. Interessant. Ah, so kann ich zu den beiden sch... Ah, interessant. Das ist cool. Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe, was ich machen muss. Okay, ich muss den beiden rüberhelfen. Pull. A red fluid flows from the wall. I'm really getting sick of this. You must be kidding me. It switches off the power? Whew. Thank goodness. I thought it would... I wouldn't come back. Ah, yeah. Okay. Dafür ist das also gedacht. Okay. Ich würde aber noch wissen, was die anderen machen. What is this? Okay, das war Giftgas. Ah, okay, okay. Merken, ich werde bestraft für das Ding, was ich tue. Okay, dann warten wir mal. Auf dem Ding laufen. Eep, look, now we can cross. It's okay. What are you doing, Eep? Come on, let's cross. Aw, guess so. Oh man, dieses Geräusch. Ich finde das richtig lustig. Ich finde das richtig lustig. Okay, Mann. Something is moving inside. Eep, let's go open that box. Let's not Eep. Let's not open that box. Habe ich schon verkackt? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon verkackt habe. Ja, habe ich. So, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss das für Gary runterschmeißen. Blup. Bitteschön. Soll ich jetzt schon weitergehen? Oder erst mal Gary machen? Ich denke, ich mache erst mal Gary. Er würde hier gerne, aber ich kann dich nicht mitnehmen. No, fuck you. Ich würde dich doch gerne mitnehmen. Ich kann es aber nicht. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein erwachsener Mann. I've got lots of friends, too. I'll introduce you. Nee, nee, danke wirklich. Ich hab kein Interesse an Puppen. Be here forever. Nö. Tut mir leid. How long are you going to follow me? Enough of this. I'm busy here. And I'm not going to be your buddy. Kick it in. Move it out of there. It would be best not to get involved here. It's long. Take me. Overly attached doll. Oh, no. Kann ich dich nehmen? No. Ich kann auf jeden Fall wieder zu Eaps spitchen. Wenn ich möchte. Aber hier ist so viel Zeugs. Nee, kann ich... Okay. Hier kann ich meine Energie auffrischen. Hey, du bist wieder. I'll always be with you. My home is just nearby. Na, wenn das so ist... It's locked. The door number is strangely cold. Okay, was sagst du mir? Worry. Ich mag die Paintings hier. Juggling. Echt. Fishing hook. Was denn, Gary? Was ist denn los? Irgendwie hast du darauf reagiert? Ugh, what is this room? Don't want to stay here long. Holy shit. Oh. Okay. Okay, Gary, mach weiter. Ich darf hier nicht... ...bleiben. It's locked. Also... Warte mal. Anscheinend muss ich... Ah, warte, hier sind noch ein paar Paintings. Die werde ich mir noch kurz anschauen. Dann werde ich zu Eaps switchen. Marvelous Night. Anscheinend muss ich mit Eaps irgendwie... ...debts. Okay. Mit Eaps muss ich... ...ähm... ...ir wisst schon. Irgendwie dieses komische rote Ding da... ...dings hier aus, man. Oh man. Ah, so lustig. Okay, go Eaps. Go, 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 go. Hey Eaps, can I ask you something? Is Gary your... Pfff... ...my dad. Wie alt ist er denn? Ich denke, er ist 21 oder so. Nope. Hm, so your dad is somebody else. I see. Is your mom nice, Eap? Yes. Ah, that's good. You want to see your parents again soon, right? I want to get out soon too. Well, let's work to get out together. Okay? Promise. Okay. So, I'm not so nice to me. You don't... Oh, yep. That's also the road to fork. The road to fork, genau. Okay, let's see. Here I come from Chaton wieder. A mannequin here. I wonder if it has a body. Light break. Nevermind. Yeah, good idea. Oh. Leave it. This is a bit heavy. It would be dangerous to pull it off the table. Ich hab irgendwie ne Idee. Okay. Lady without her umbrella. Wenn ich dich von hier... Nee, komm. Soll ich euch so lassen? Ich denke schon. Tricky, ne? Fisherman. Just nobody here later. Ich hab... Nee, nicht. Tattletail. Ich hab eben das Gefühl, dass dieses Bild hier und das andere Bild unten bei Gary mit dem Wasser miteinander zusammenhängen. Aber das ist auch nur so ein Gedanke. Eine mögliche Schlussfolgerung. Heavenly Friend. Ich hab zwar keine Ahnung bis jetzt, was es machen könnte, aber... Ist okay. Skin and... Ach, you don't know this word. Okay. Ich werde hier kurz eine Pause machen. Ich bin gleich wieder da. So. Wieder hier. Okay. Kleine Pause. Woohoo. Ich bin... Ich bin so ein miserabel, Katz zu machen, deswegen mach ich sowas nicht. Ähm, dann könntet ihr irgendwie... Was weiß ich, was essen können. Hehehe. What's this? Can we put in a name? Oh. Nothing happens. Okay. Das ist langweilig, wenn man das so macht. Egal. What's this place? There is no color. Oh, okay. Floating Palinbrush. It's like there is someone here. There is a rainbow. Was there is a rainbow on the canvas? Oh, da ist ein Schlüssel. Da muss ich rüber. Okay, da muss ich irgendwas mit Gary machen. Auf jeden Fall habe ich hier Marvelous Night reingegeben. Eingegeben meine ich mir. Und jetzt. Mal sehen. The Girl's Demise. Once upon a time, there was a little girl. The girl went with her parents to an art gallery. But all of a sudden, the girl realized that she was lost. She's... Ugh. Klar. She searched through the dim gallery, but found neither her parents nor the exit. Scared, helpless, lonely, hungry and thirsty. She fell and hurt herself, putting her body past the limit. The last page has an illustration of the collapsed girl. Ja, ja. Woop-di-do. Collected Worms of Guar-Tenor. Was ist denn? Nein! Ich mach das hier alleine. Wuhu, ich werd hier... Och. Ich hasse sowas. Oh, je. The Fish. Despite being grayscale, this curious piece makes clever you. The use of shading and angles to give the impression of color. The blah 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 detail put into the even in the scales evoke a wide variety of emotions in people. You don't know some of these words. Gurtena. Och. Our page. The lady in red. It was said that he based this on a lover he had at the time, but he has denied this claim. In truth, Gurtena based it around the ugh woman who attempted to court him for his inheritance. Inheritance. You don't know some of these words. Okay. Okay. J. Jugglin. A work based on a juggler. He sat at the circus with his grandchild. As it is extremely refugiered tenor to use real people as models, this piece is highly valuable. A lone keyhole. You're streaky. Okay, this is apparently for Gary gewesen. Interessant. Verzeihung für die kurze Unterbrechung meinerseits. Ich mag sowas nicht, wenn sowas passiert. Aber naja. Okay, Gary, du darfst jetzt Zeugs machen und wahrscheinlich darfst du jetzt zu diesem Tree da hochgehen. Ja. Not checking out books. Okay. Enlightenment. Hmm. I should be able to move it, but I can't. Yeah, trading next is a literally made reality. Not sure what that means. Hmm. I should be able to move it, but I can't. Not checking out books. Moseyaba. There's no fear greater than the unknown. Terror. Being alone is fearful. A group of two can have relief. A group of three, the rest is torn off. I hope even Mary are okay. Well, as long as there are... There are two of them, I guess. The essentials of color. It describes the uses of color. Can I not... Hmm. Hmm. Wow. Okay, first of all, save. At least I have the little friend here. Oh, here I can also. Okay. A pedestal of some sort. Pedestal. Okay, what's steht here? Collect the seven balls of paint, then the room will be colored and our bridge will be made. Balls of paint? I wonder where those are. Okay, by the one have I already seen. But the one has to be placed. What can I do with that? Oh no, oh no, oh no. But there is a ball of paint. A substituted. Oh, it went. Oh, god. That was necessary. That was necessary. That was necessary. Holy shit. I don't know strangely what, but here is here. There is something on the ground. ja sagst du eigentlich war das nicht irgendwie anders das magenta ball und das ist ein leit und schoss hier so dass es hier ist auch kirk auch interessant hey hey what are you doing i wanna play to you Nö. Lass mich die Bällchen alleine finden. Das geht dich nichts an. Das ist verschlossen. Fishing Hook. Ah ne, das war das. Nicht schon wieder. Da will ich nicht schon wieder hin. Das ist locked. Strangely cold. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal dahin gehe, zu diesem einen Ball, der da war? Ich weiß ja nicht, ob der noch da ist. Wir können mal schauen. Wenn der Weg nicht so lang wäre. Bestimmt mache ich das jetzt alles nur unnötig komplizierter, wenn ich die ganze Zeit hinlaufe. Oder war das mit? Ja, ist okay. Ist okay. Mann ey. Da hat man einmal eine Idee. Nö. Nö. Geht nicht. Nö. Die Tür ist weg. Einfach so. Uff. Klar, jetzt ist mein ganzer Weg umsonst gelaufen. Wuhu. Gary, please. Warte mal. Ah. Smacks the artwork. Wristwatch. It stopped ticking since coming to the gallery. Leiter. After years of use, it's running low on oil. Blue Rose. Pretty blue Rose. As it will, so do you. Okay. Warte mal, da steht doch mal was. Ja, take me. Nein, ich... Ich nehme dich nicht. Nö. Okay, wir haben schon drei Bärchen. Ja, da braucht es aber auch so. Shit. Ja, ja. Wahrscheinlich muss ich mit Dings hier noch was machen. Hier ist noch ein Ball. Den will ich haben. Na, ist ja auch egal. Erstmal. Erstmal ist das egal. Okay, dann werden wir zu EAP wechseln. Wir sind aber ja jetzt auch welche sind. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel, aber die Frage ist nur wie. Wahrscheinlich muss ich die ganzen Bälle darauf machen, dass ich hier, dass ich den Schlüssel hier obtainen kann. Aber naja. Wollen wir doch mal sehen. Ich speichere nochmal kurz. Fisch im Endeffekt. Das sind aber die hier so. Ja, jetzt locken. Muss ich jetzt etwa... Was passiert, wenn ich einen von euch hochhebe? Take it off the table. Take it off. Ich muss einen von euch sicherlich hochheben. Oh. I can roll it around. Ah, look it. There's cracks in the floor. And there's some weird gas coming out. Ah, scheiße. Ehm... Take it off the table. Ah, okay. Wie ist das eigentlich gemacht? Live without her umbrella. Oh. Hallo. Hallo. Okay. Gut. Okay, mach ich nicht. Kann ich da nicht durch? Ich will kein neues Spiel machen. Nein. Nein. Oh Mann. Wartet kurz. Oh. Mache ich hier so ein scheiß neues Spiel? Upsi. Das war nicht meine Absi. So, nochmal. Ah, okay. Okay, jetzt bin ich hier. Oh. Okay, da kann ich nicht durch. Das hab ich jetzt begriffen. Tut mir leid. Da war das so ein rotes Bällchen hier. Ich weiß das noch. Da war ein rotes Bällchen. Okay, tut mir leid. Warte mal. Warte, 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 warte. Wenn ich jetzt, ähm... Ja, genau. Dann bin ich hier. Hier war ein rotes Bällchen. Das hab ich doch gesehen. Das Ding. Something red splattered here. Was sagst du eigentlich? Klam. Okay, Japan wollte mich hier entführen mal wieder. Ach, hör auf mit dem Scheiß Geräusch. Bah. Nee. Okay. Oh Mann ey. Komm schon. Was muss ich hier tun? Was sehen wir... Ja, hier ist das Ding. Oder kann nur Gary die Dingsis finden? Oder ist hier vielleicht noch einer? Lone Keyhole. Achso, das war das. Nee, ich will... Anscheinend muss Gary die Dingsis machen. Ja, ja, ich verstehe schon. Was sagt das eigentlich? Skin and... Du kannst es aber trotzdem lesen. Oh Mann. Mich würde so interessieren. Muss ich etwa nur den einen da... Okay, anscheinend muss ich die Mannequins auf mich aufmerksam machen. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich sonst noch tun sollte. Ja. Okay, er weint jetzt. Okay, die wollen irgendwie... Ähm... Na. So. Take it off. Ja, ich würde mich verletzen. Erg. Das ist das komische Foggy. Das ist der komische Nebel, der mir wehtun möchte. Ja, Eve, das tut weh, das weiß ich. So, jetzt sind die Böse auf mich. Oh, jetzt ist der Tipi hier. Fisherman. Der Tipi ist hier. Okay, interessant. A Mannequin Head. Kann ich hier... Ja, okay. A Mannequin Head. Alles Mannequin Heads. Die mögen mich jetzt irgendwie gar nicht mehr, glaube ich. Und der weint. Sorry, ich wollte doch nicht so böse sein. Musste das leider tun. Sonst wäre der Fisherman nicht aufgetaucht. That's long. Okay, ist immer noch nichts. Aber die Mannequin Heads... Ich werde auf die achten. Gary Man. Hier ist der Hook. Fishing Hook. What's up with this? It's coming out of the painting? Could it be... Ja. Is this real one? AHH! Okay. Okay. Ich werde beim nächsten Mal noch mal gucken, wie wir hier das schön machen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Hui. I Bye. Bye. Bye.